Hallo Leute, Herzliches Willkommen auf dem Kanal SaarlandTV. Heute fangen wir uns wieder hier runter, wir sind hier im Rundgang und wir gehen mal ins Fachwerk. Wir machen noch gute gute Halbjörn oder so. Aber die erste Fliege sah schon aus, da hast du ein bisschen was getan. Und ich hoffe das Video gefällt euch und ich sag mal so, let's go! Ja, das ist noch gekühlt worden, von dem Stegeliese-Krachtwerk. Hier drauf steht noch ein riesengroßes Kamin. Auch da sieht man schon, da sich ein bisschen was verändert hat, wo schon Sache abgetragen wurde. Ja, das ist noch ein wirkliches Gebäude, im Grafberg. Ja, das sieht man noch an der Kühlturm von der anderen Seite. Aber, was ich das so betrachte, das sind nicht so arg alte Sonnen. Das sieht noch richtig neu aus. Na ja. Ja, das sind noch sehr Spiegel, sehr verschiedene Richtungen. Ja, und das war das Zufahrtsgläs. Ja, das ist noch mal ein Blick über das ganze Kraftwerk. Mit den FD-Scheinstellen, fünf seltener Kleiderscheinstellen und halt noch der Kühlturm. Das ist noch mal das Gebäude aus der anderen Perspektive. Aber jetzt ist der Kaffee raus. Unsere Arme sind jetzt getrinkt. Ich werde entspannen. Ich werde das schöne Wetter genießen. Jetzt werde ich das über das Wetter. Schau mir, das ist eine Äpfel. Ich habe das ganze Homematik gesehen, Bye. Schau� dej Staisers, der Schaubert, der ich bin zu werden. Icharge ich jetzt noch was ich kien, ich nein. Und das war bei der Wetter. Immer Merci ist nicht voll. ...r fault nicht Selbst. Je glaube, Da sieht man noch die Annahre aus anderer Perspektive als Kühlschrank und die Zehschornsterne. Da sieht man noch die Krane, wo man sich dazwischen rausguckt. Da sieht man noch ein Bildchen, hier muss so rum, hier muss so rum. Das war der Haupteingang zu dem Kraftwerk. Das ist auch irgendetwas Schwarzes an dem Kühlschrank, nicht ob es auch irgendwas war, aber was das zu sagen hat, schwierig. Jedenfalls auch noch die Zufahrt zu dem Kraftwerk. Noch einmal eine andere Perspektive, das heißt, wo es Schwarz-Räß ist. So Leute, das war's noch immer mit dem Video. Keiner Hundgang, dem Kraftwerk, das Falsch für mich hier ist und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefeiert hat und ich mich gerne freue, über ein Abo und ein Daumen. Bleiben fit, munter und gesund und haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Juni. Vielen Dank.